Musik Du willst aktiv für deine Interessen eintreten in Betrieb, Studium und Gesellschaft. Hier lernst du Teamwork, Kommunikation und Aktion. Du möchtest deine politischen und rhetorischen Kompetenzen ausbauen? Dich interessiert, welche Rechte Auszubildende, Dualstudierende und Beschäftige im Betrieb haben? Unsere Seminare bieten dir einen super Einstieg in die Themen Arbeitsmarkt, Ausbildung, Wirtschaft und Gesellschaft. IG Metall Jugend, ja Leute, das sind wir, der größte politische Jugendverband hier in Deutschland. Das Bildungsangebot ist richtig geil hier. Also im Gegensatz zur Schule wird hier die Bildung von uns gestaltet. Wir können selber unsere Themen einsetzen, können unser Seminar selber so gestalten, wie wir das wollen. Bildung los und cool, also richtig, richtig cool. Ja, wir haben hier tatsächlich zwei Wochen Zeit, gemeinsam tiefer in Inhalte reinzugehen. Und das macht einfach Spaß, sich außerhalb dieses Konkurrenzsystems gegenseitig weiterzubilden und nach vorne zu gucken. Was passiert im Seminar konkret? Wir lernen durch verschiedene Methoden mit Alltagssituationen, vor allem auch im Betrieb umzugehen, die wir dann in Arbeitsgruppen zusammen ausarbeiten. Zum einen habt ihr als JugendvertreterInnen die Möglichkeit, euch Grundlagen abzuholen. Wie gehe ich mit Gesetzen um? Was steht eigentlich in einem Tarifvertrag drin? Und wie arbeite ich mit dem Betriebsrat zusammen? Auf der anderen Seite haben wir gesellschaftspolitisches Angebot. Da geht es dann eher darum, wie funktioniert eigentlich die Gesellschaft, in der ich lebe und in der ich agiere. Durch die Bildung der IG Metall wird man selbst ermächtigt, was im Betrieb anzupacken, zu regeln und zu verbessern. Mitbestimmung und Demokratie ist geil, aber mit dem, was ihr hier lernt, wird es noch geiler. Für mich persönlich sind die ganzen Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte, extrem wertvoll. Und ich kann auch nur dir da draußen raten. Connecte dich mit den Leuten, die genau dieselben Interessen haben und hab eine gute Zeit auf dem Seminar. In Sprockhövel, am Stiersee oder sonst wo in Deutschland. Wenn du richtig Bock hast, was in deinem Leben oder in deinem Betrieb zu ändern. Seid dabei, es macht richtig Bock und verändert den Blick auf eure Welt. Kommt vorbei!